und hiermit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge von let's play captain to treasure tracker die ersten beiden episode haben im stream gemacht und episode 3 macht man jetzt als let's play format am wochenende weil ich aktuell aufgrund meiner zwei neuen katzen keine zeit zum streamen habe weil die allerlei umfug noch anstellen und mich auch aktuell an sie halten muss wisst ihr dann mal schlafen und ich schlafen dann immer dann wenn ich gerade geile zeit da zum stream ist was mani 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 ob das was bringt ja nicht zählt mal schauen ich komme hier hoch das auch schon der erste stern auch nicht schon wieder dieser böse vogel todet no die arme todet captain to treasure trigger 3 episode 3 besser gesagt wo bist du du direkt 4 level ok weil es eine entfernung gott hier im pixel dort zu finden wird bestimmt auch extrem nervig werden aktives kann mich direkt zum stern tschuldigung meine polen allergie tippt da voll rein ja aber ich kann doch gar nicht springen fängt ja schon mal gut an hier meine nase leute meine nase ich komme doch dahin guck mal jetzt ja auch nicht viel achso ich muss einfach nur ja hoch hier dann warten wir besser weg ist so okay dann hätten wir es oh ich kann tatsächlich bisschen moneten holen leute dann gehen wir auch direkt wieder zurück wo bin ich denn dort hin muss mich jetzt wahrscheinlich irgendwie runter also liebe es bisschen wie soll man das denn anstellen so unser erster diamant oh ich hasse die polen allergie das ist immer so eine nervige zeit mit meiner nase das war ein bisschen zu spät wo ist denn da rein wo ist denn an diesen jemand da ist ah von oben vielleicht nee wo ist denn dort hin ich muss irgendwie auf diese plattform kommen warte mal ah ich werde mich dort hin okay also noch münzen nehme ich auch mit ach damit habe ich jetzt nicht gerechnet so das hat mir geschafft auch hier alles secret zu finden stelle ich mir auch nervig von da rein schade jetzt muss ich das ganze level wieder von vorne machen ich werde nicht mehr was ist denn hier bitte schon das geheime was alles finden ist wahrscheinlich ohne schaden halleluja so jetzt haben wir das geld wieder hier auf ein paar paar geld davon ist auch noch geld falls es die mission gibt ich muss so viel und so viele münzen haben ich kann schon und doch und hoch und hoch und da dann Mist nicht schon wieder da ich sehe ich das bitte schön timen jetzt halleluja oh das war knapp ich habe schon gehabt und tot du hast es geschafft was ist denn hier bitte schön das geheimnis 75 münzen gesammelt ach mensch ich suche erstmal pixel dort der könnte überall sein das ganze nochmal mit 75 münzen machen halleluja das ganze nochmal mit 75 münzen machen könnt ihr hier denn bitte schon der pixel tot sein ich bin ja überall versteckt ist da Leute da springt er ja rum okay das wäre noch einfacher als erwartet Okay, dann holen wir uns doch die 75 Münzen. Kann ja nur tausend werden. Ist hier vielleicht irgendwas? Nein, aber währenddessen verliere ich alle Leben. Ich kriege die Saft, zapple alle Münzen. Oh, das war wieder knapp. Ich hätte halt wirklich alles direkt da aufsammeln sollen. Geben wir die jetzt eigentlich auch Münzen? Nein, nehmen die nicht. Oh, jetzt habe ich alle Münzen. Okay. Oh, jetzt habe ich alle Münzen. Oh, das war knapp. So, dann haben wir das jetzt auch auf 100%. Also ich gehe mal nicht davon aus, dass ich mehr als 2-3 Level pro Part schaffe. Katapultflug über den Magma-Masse. Magma-Masse? Magma-Masse. Oh, hier könnte auch überall was sein. Halleluja. Ah, ich sehe schon. Okay. 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 Das sieht witzig aus. Aha. Okay. Okay. Also bitte. Merci beaucoup. Okay. Ähm. Hier lang. Der erste Diamant. Der erste Diamant. Wahrscheinlich darf ich davon keinen vernichten. Ach Mensch. Hier ist der zweite Diamant. Das ist gut. Weh. Schlech, 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 so. Lass mich raten. Ich hätte keinen davon besiegen müssen. Oder alle besiegen. Was nicht geht, weil... Ich gehe mal hier ein bisschen ganz nah am Hand. Den kann ich so gar nicht umgehen. Er fliegt hier direkt dort hin. Dann hoffe ich mal, dass die Aufgabe ist, alle zu besiegen. Keinen Spike besiegt. Ihr wollt mich doch verarschen. Naja. Erstmal den Pixeltot. Wampo. Kann auch wieder überall sein, Leute. Erstmal Magma absuchen. Also Magma scheint er diesmal nicht zu sein. Zumindest sehe ich den nicht im Magma. Boah, der könnte doch bestimmt jetzt unter allen dieser... Plattformen. Ich höre den halt nicht. Was ist hier das blöd daran? Ich höre den dort noch nicht. Nein, das ist doch jetzt die perfekte Übung. Aber warte, mich muss das wahrscheinlich... Ich habe keine Ahnung, wie ich die nicht besiegen soll. Jetzt höre ich den. Ach, da bist du. Ich dachte jetzt wirklich, der würde unter einer Brücke kleben. Okay, dann versuche ich mal, dass die Spikes nicht besiegt werden. Ich gehe davon aus, dass ich einfach so schnell wie möglich... Aua. Ja, danke. Jetzt hätte ich gerne... Peel's Breathe... Masippuku... Wie soll ich das? Warte, kann ich? Ah. Stimmt. Diese Funktion gibt es ja auch noch, dass ich Gegner stunnen kann. Ah, ein schöner Stempel. Oh, 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 oh. Ich glaube, ich habe schon Mist gebaut. Oh, 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 oh. Oh, habe ich ja noch mal Glück gehabt. Also ich möchte gerne noch die beiden Metzen haben. Oh, du näherst. Ich glaube, ich bin bei der Schöne Antin. Bei dem ist das wahrscheinlich der letzte Diamant. Oh Mist. Wenn nicht, ich darf den nicht besiegen. Und ich werde es bereuen, dass ich den jetzt besiegen will. Nein. Ich werde es bereuen, dass ich da runtergeflogen bin. So, du bist aber jetzt immer dort oben, no? Meine Katzen stehen schon wieder umfugend. Wir haben gerade auch noch gestorben. Boah, das war knapp. Au, du Arsch. Glück für dich, dass ich hier jetzt wieder Pilze kriege. Ich bin erneet. Ja. Ich bin der cheese. Ich bin der chaff die Hammer. Hey. Ich bin der chaff. Tja, die Münzen habe ich. Und ab zum Stern. Kein Schaden, du Arsch. Hätte ich mich nicht treffen lassen, hätte ich das geschafft. Bin ich jetzt nicht super. Kann ja eigentlich nicht überall sein. Kann ja nur einer in den Glocken sein. Der Katzen, was steht hier wieder an? Eine Sekunde, ich bin gleich wieder da. So, wo bin ich stehen geblieben? Ich höre ihn noch nicht, deswegen. Gehen wir einfach mal weiter. Ach, da unten, unter der Dude hier. Gott, ich muss den also besiegen. Was bin ich jetzt nicht netz? Aber der greift mich scheinbar nicht an. Doch, jetzt greift er mich an. Oh, jetzt machen die schon wieder unsere. Während der Aufnahme. Ich glaube, das ist heute auch gar nicht mehr. So, da hab ich dich jetzt. Master 7 nochmal für 100% Halleluja. Ich sag ja, mehr Star Level schaffe ich in der Folge nicht. Boah, das war knapp. Ich bin riesig auf Tatl, geht's weiter weiter, dankeschön. So, ich bin riesig auf die Seite. Konzentration. Konzentration. Okay. Ach ja, Mama, ich konzentriere, schafft man das auch. Und das dritte Level auf 100%. Was haben wir denn hier? Okay, Münzfest können wir ja noch machen. Ist ja kein richtiges Level. In dem Sinne. Ich möchte gerne wieder hämmern. Hätte ich dann bitte schon nach unten kommen sollen? Hm. Nee, egal. Ich habe trotzdem ein Zweitleben dazu bekommen. Okay. Dann entsperren wir mal dieses Level hier. Und dann sage ich jetzt an dieser Stelle Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Captain Thor Treasure Tracker Episode 3. Bis dahin. Tschüss.